Hallo, willkommen zu Monas Cake Paradise. Ich bin Mona Aska, ich bin Pianistin und in meiner Freizeit backe ich leidenschaftlich gerne. Ich dachte mir, diese Woche backen wir zusammen einen Eierlektur-Rührkuchen mit Schokoglasur und dazu gibt es natürlich Musik von Chopin diesmal. Für dieses Rezept brauchen wir Puderzucker, Speisestärke, Mehl, Vanillezucker, Backpulver, Speiseöl, Eierlikör, Eier und Zartbitterkuratüre. Als ersten Schritt heizen wir den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Als nächstes fetten wir die Form mit Butter ein und kleiden sie mit Mehl aus. Als ich im Alter von neun Jahren in die Klasse von Professor Karl-Heinz Kemmerling an den Monatio in Salzburg kam, habe ich den ersten Meisterkurs bei ihm in Nichtenberg im Haus Matto mitgemacht und dort im Keller gab es einen Kaffee, wo es diesen Eierlikör-Rührkuchen mit Schokoglasur gab. Und ich habe mich wirklich jeden Nachmittag immer auf diesen Kuchen gefreut. Wir vermengen jetzt alle trockenen Zutaten in einer Rührschüssel. Und zwar Puderzucker, Mehl, Speisestärke und Backpulver. Dann mischen wir einmal kurz alles zusammen, damit sich das gut vermengt. Und dann fügen wir alle restlichen Zutaten hinzu, außer die Zartbitterkuvertüre, Vanillenzucker, Speiseöl und Eierlikör. Musik 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 Ich verrühre jetzt einfach mal kurz mit der Hand ein bisschen die Zutaten. Dann bleibt auch nichts am Rand hängen und dann vermixen wir alles für ein bis zwei Minuten auf höchster Stufe. Übrigens diese Schürze, die habe ich von einem japanischen Klavierstimmer bekommen. In Japan ist das so, dass die Klavierstimmer Schürzen tragen bei der Arbeit und ich fand die so cool und ich wollte sie auch unbedingt haben und ich musste wirklich über vier Jahre betteln, dass ich die auch bekomme und dann habe ich sie 2017 endlich geschenkt bekommen. Und seitdem frage ich sie mit ganz viel Stolz. Wenn der Teig schaumig geschlagen ist, führen wir ihn in die Form. Und jetzt geht's schon ab in den Ofen. Damals bei dem Meisterkurs in Lichtenberg habe ich Stücke von Chopin gespielt und deswegen möchte ich auch gern heute Chopin spielen für euch, während der Kuchen im Ofen ist. Musik 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 Für die Schokoladenglasur sollten wir die Zartbitterkuvertüre versuchen so fein wie möglich zu halten. Musik Damit die Glasur perfekt wird, temperieren wir sie am besten und das bedeutet, dass wir ein Drittel von der gehackten Kuvertüre zur Seite legen und die restlichen zwei Drittel erhitzen wir über ein Wasserbad. Musik Am besten die Schokolade immer über ein Wasserbad schmelzen lassen, weil dann ist man auf der sicheren Seite und es brennt nichts an. Und dann nehmen wir den Topf wieder vom Wasserbad runter und rühren das restliche Drittel ein. Dadurch kühlen wir die erhitzte Kuvertüre schnell runter und so vermeiden wir auch, dass der Kuchen später einen grauen Schleier bekommt. Und der Glanz bleibt er heißen. Wenn ihr einfach eine Schüssel drunter legt, wenn ihr die Schokolade übergießt, dann könnt ihr das, was darunter gefallen ist, wieder benutzen, um ein paar Lücken auch zu schließen. Das war der Lieblingskuchen aus meiner Kindheit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn nachpackt und uns auch die Ergebnisse zukommen lasst. Es wäre schön, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen bei Mona's Cake Paradise bei Sweetspot, dem jungen Magazin von BR Classic. Musik 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 Vielen Dank.